So Freunde, zu später Stunde nochmal, wie man sieht, das war jetzt Geschenk Nummer 2, was ich vor kurzem bekommen habe. Ich wollte schon immer mal so eine schöne alte Kaminuhr haben, jetzt hat es funktioniert. Ja, gab es ganz umsonst, muss ich mal erstmal loben. Na, habe ich geschenkt bekommen, schöne alte Uhr, ja, weiter gibt es dazu ja nichts zu sagen. Jeweils danke nochmal und tschüss.